Hallo meine Lieben, wie man gerade jetzt während Corona den Fokus auf das behält, was man wirklich will. Das ist der erste Teil dieses Themas. Wie behält man in diesen Zeiten seinen Fokus auf seine Ziele, seine Visionen und eben auf das, was man in seinem Leben erreichen möchte. Gerade Anfang dieses Jahres 2020 war ich dabei, meine beruflichen Aktivitäten in eine erfolgreiche Richtung zu bringen. Doch plötzlich war da Corona. Der Shutdown und die Ausgangssperre, der absolute Wahnsinn. Und dass uns das wohl alle Mal aus der Bahn geworfen hat, eine komplett neue Situation, mit der wir alle auf dieser Welt fertig werden müssen, brauche ich euch nicht extra zu erzählen, denke ich mir. Dass jetzt plötzlich Dinge, die bisher wichtig waren, plötzlich in den Hintergrund gedrängt wurden, ist auch nur allzu verständlich. Von heute auf morgen einen Trainingsbetrieb mit Gruppen auf Homeoffice oder quasi auf Gruppenoffice umzustellen, wie es mir einfach auch ergangen ist, war schon eine Herausforderung für sich. Nicht mehr hinaus zu können, ja alles, was man für sich selbst normalerweise selber entscheidet, war plötzlich abhängig von der Willkür unserer Regierungen. Und natürlich suchen eben auch Menschen, und so auch ich, Neuerklärungen nach Gründen und eben auch Ursachen. Menschen, die es gewohnt sind, so wie ich selbstständig und selbstverantwortlich zu sein, nehmen es nicht einfach so hin, dass sie plötzlich nichts mehr selbst entscheiden können, vor allem, wenn es direkt die wirtschaftliche Existenz eben auch bedroht. Jeder, der hier in dieser Situation mit sofortiger, absoluter Anpassung und mit nichts zu hinterfragen reagiert, ist aus meiner Sicht kein Unternehmer, auch kein selbstständiger Mensch, ist nicht wirklich selbstständig und selbst verantwortlich für sein Leben und sein Unternehmen. Der Punkt ist jedoch, dass die Gefahr besteht, dass dieses sich mit den Gründen und Ursachen zu beschäftigen und dem Widerstand, der sich natürlich auch in einem aufbaut, irgendwann auch mal die Energie, die eigene Energie ins Negative kippen kann. Ich meine, dass einfach zu viel Energie dafür verwendet und schlussendlich verschwendet wird und so war auch meine Beobachtung auch bei einigen anderen Kleinunternehmern, dass sie sich zu sehr in die Thematik Corona reingesteigert haben. Und auch ich habe immer wieder diesen Punkt gespürt, dass es zu viel werden könnte. Einerseits verständlich, weil eben die Maßnahmen sehr einschneidend waren und sind und nach wie vor kein Ende in Sicht ist. Das heißt, die Planbarkeit eines jeden wird einfach schwer auf die Probe gestellt. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich all meine Vorhaben, vor allem mein Bestreben, auch mit dem, was ich liebe, so richtig erfolgreich zu werden, komplett auf Eis gelegt habe, was ich natürlich nicht getan habe. Doch ich merkte einfach auch, es fehlte immer wieder einfach auch das letzte Quäntchen, die hundertprozentige Hingabe. Ja, das fehlte einfach. Das heißt, der Fokus, der war einfach nicht zu hundertprozentig auf das gerichtet, was ich eigentlich in diesem Jahr erreichen wollte. Und um das geht es dann eben auch schlussendlich, wenn man mit seinen Vorhaben erfolgreich sein möchte. Das muss man sich dann einfach auch immer wieder klar werden und sich eingestehen. Man braucht den hundertprozentigen Fokus, ob das nun die Vision, das Ziel selbst ist oder die einzelnen Schritte, was auch immer zu tun ist oder sich plötzlich einfach auch Glaubenssätze breit machen wie ach, was mein Ziel ist, eh nicht ganz so wichtig oder man das Gefühl bekommt, dass Geld auch nicht so wichtig ist, vor allem für Glück und Zufriedenheit. Und solch ein Glaubenssatz, der kommt natürlich jetzt wesentlich einfacher daher, weil eben durch Corona offensichtlich viele Menschen wirtschaftlich unglaubliche Nachteile erleiden. Aber man muss und sollte einfach diese Glaubenssätze, wenn sie in diesen Zeiten kommen, man muss sie zu hundertprozentig einfach transformieren. Das ist das, was ich meine. Was auch immer, wenn der Fokus nicht hundertprozentig passt, dann ist es und dann wird es einfach auch schwierig. Grundsätzlich war mir das ja auch klar, das ist ja die Krux bei der Sache, das war mir natürlich auch klar, die Theorie ist immer da, die ist auch meistens sehr geduldig, nur dass es nur mit absoluter Klarheit gehen wird, erfolgreich zu werden. Das ist mal die Theorie, doch Corona und all was sich da so entwickelt hat rund um Corona, war dann doch immer wieder sehr, sehr verlockend, einfach auch den Fokus wieder zu verlassen und sich mit Corona zu beschäftigen, weil halt auch immer wieder neue Maßnahmen, neue Dinge passieren, mit denen man einfach überhaupt nie rechnet. Was hat mir also geholfen, mich wieder mehr und mehr dem zuzuwenden, was ich eigentlich wirklich will? Das ist jetzt in diesem Podcast die große Frage. Schauen wir uns das einfach mal genauer an. Die erste für mich wichtige Erkenntnis war einfach, dass es sehr, sehr verlockend ist. Schwierige Themen und auch Ziele, die einem auch immer wieder schwierig erscheinen. Seine Ziele, seine Wünsche zu erfolgen, das ist ja kein so gerader, einfacher Weg, sondern hier kommt man immer wieder zu Stolpersteinen, zu Zeitpunkten, wo man sagt, das ist aber wirklich nicht so einfach, das Ganze. Also es ist einfach verständlich, dass man dann einfach auch unbewusst vor allem Corona plötzlich dazu nützt, um hier eine Projektionsfläche zu haben. Das heißt, dass man auf der unbewussten Ebene dann einfach mal sagt, so nach dem Motto, naja, es ist ja Corona, das ist ja klar, dass ich da meine Ziele nicht erreichen kann, dass ich da nicht motiviert sein kann, weil das ja alles so ganz, ganz schlimm und ganz, ganz einschneidend ist. Aber das ist einfach auch wichtig, das zu erkennen, dass man hier nur das, was man eigentlich möchte, das im Augenblick auch für jemanden oder für denjenigen gerade schwierig ist, hier einfach auch Corona als Projektionsfläche benutzt und hier einfach mal seine Schwierigkeiten nach außen verlagert. Und das bringt einen schlussendlich und auch mich hat es halt natürlich auch nicht weitergebracht. Corona sollte nicht verantwortlich sein für das, was man macht oder eben nicht macht. Es ist natürlich ein unbewusster Prozess, der da abläuft, das ist überhaupt keine Frage. Und als mir, wie gesagt, das klar geworden ist, dass mich Corona auch gut und angenehm ablenken kann, weiter selbstständig und selbstermächtigt eben meinen Weg zu gehen, konnte ich auch wieder bewusster damit umgehen und Corona verlor und verließ dadurch immer mehr an Wirkung, umso bewusster man sich das auch immer wieder macht. Ja, da ich ja nicht komplett für mich alleine dahin werke, also das war so das zweite Learning, das ich bei dem Ganzen hatte, also dass ich nicht komplett für mich allein dahin werke, arbeite, sondern mich mit Menschen, die ähnliche Ziele, wie ich eben auch haben, auch austausche bzw. auch am gleichen Projekt gemeinsam miteinander arbeite, habe ich mich in einer WhatsApp-Gruppe einfach mal geoutet. Ja, wo es mir so richtig auf die Nerven gegangen ist, und zwar habe ich mit dem Wortlaut, sorry Leute, ich habe einfach keine Energie, ich bin einfach seit ein, zwei Monaten total demotiviert, mich einfach hier weiter zu engagieren, das habe ich einfach mal geschrieben, Corona beschäftigt mich einfach viel zu viel, dass ich kaum mehr Motivation habe, hier eben meine Wünsche, meine Ziele hier fokussiert voranzutreiben. Ja, dieses quasi Outing, das ich mir unter meinen Partnern zugestanden habe, dass mich Corona einfach zu sehr ablenkt, hat sich daraufhin eben eine Partnerin, also eine Partnerin des Projekts, in dem wir gemeinsam arbeiten, bei mir gemeldet und mir einige Tools an die Hand einfach auch gegeben, die mir hilfreich sein werden, um mich wieder in die für mich richtige und gesunde und lebendige, richtige Richtung zu fokussieren. Der erste extrem hilfreiche Tipp ist eben deswegen, den ich euch hier an die Hand geben möchte, wenn dich Corona oder auch andere Themen einfach zu sehr über ein gesundes Maß darüber hinaus ablenken und der eindeutigste Indikator zu merken, wenn etwas ungesund ist, ist halt einfach auch, ob es dir Energie gibt, das Ganze oder ob es dir Energie nimmt. Und natürlich ist es nicht gesund, wenn es einem Energie nimmt. Also wenn es die Energie nimmt, solltest du dich auf deinen Fokus konzentrieren, auf den Fokus, der deine Ziele, Visionen und Wünsche markiert und hole dir eben dabei Unterstützung. Mach es nicht alleine, weil wenn du da alleine dran werkelst, ist, sind natürlich die Dinge, die von außen da sind, diejenigen, die dich hier immer mehr und immer mehr locken. Also hol dir bewusst Unterstützung und zwar natürlich eher von jemandem, der einen ähnlichen Weg geht wie du, der dich versteht, der vielleicht ähnliche Situationen einfach auch schon durchgemacht hat. Es wird hier nichts bringen, wenn du dir jemanden holst, der sich sozusagen mit Corona unglaublich beschäftigt und nur noch mit Corona sich quasi beschäftigt, der wird dich eben genau auf die andere Spur bringen. Also hier auf jeden Fall jemanden um Unterstützung holen, der mit dem Thema vertraut ist, der im besten Falle Ähnliches durchgemacht hat, wie du jetzt gerade eben auch durchmacht. Es war also quasi ein Hilferuf und der wurde einfach auch erhört. Ich habe also angefangen, mir mein Ziel täglich in mein Bewusstsein zu holen, dabei war und ist mir noch immer eine geführte Meditation sehr hilfreich und vor allem das Wissen, dass es nicht nur ich bin, denn so Angelegenheiten wie Corona mal aus der fokussierten Bahn werfen. Auch wenn ich seit Jahren meditiere und mich als spirituell eben auch bezeichnen würde, habe ich von so geführten Meditationen, vor allem wenn sie mit Erfolg zu tun haben, nicht sehr viel gehalten. Was soll das schon helfen, war da oft meine Aussage. Doch ich merkte, dass diese geführte Meditation extrem gut getan hat und immer noch extrem gut tut. Ich mich einfach wohler fühlte und fühle vor allem mit der Gewisse, dass ich mich nicht von Corona vereinnahmen lassen muss und es Menschen gibt, die dir aus reinem Herzen zur Seite stehen. So meine Lieben, das war es mal für das Erste. Was du noch weiter für dich tun kannst, tun solltest, um eben in Corona-Zeiten deinen Fokus darauf zu halten, was du in deinem Leben möchtest, was du in deinem Leben dir wünschst, das erfährst du in weiteren Folgen dieser Reihe eben, wie man gerade jetzt während Corona den Fokus auf das behält, was man wirklich will. Also in dem Sinne alles Liebe, habt einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Ich freue mich auf euch bei den weiteren Folgen dieser Serie. Baba, ciao und servus. Musik Musik